Hallo, mein Name ist Harald Jähner. Ich begrüße herzlich das virtuelle Publikum der Oberschwemischen Literaturtage. Ich wäre jetzt wahnsinnig gerne bei Ihnen und würde mein Buch Wolfszeit über Deutschland nach 1945 vorstellen. Das geht nun leider nicht, deshalb schicke ich Ihnen zumindest einen visuellen Gruß aus meinem Buch. Das hier ist die Fotoklasse des Krupschen Bildungsvereins. Eine Art Amateurklasse, eine Volkshochschule, die 1946 durch die Trümmer von Essen streift. Sie wollen Trümmerfotografen werden und versuchen eine visuelle Bestandsaufnahme dessen zu machen, was von Deutschland physisch und psychisch übrig geblieben ist. Ich bin mir sicher, von uns wird nach dieser Zeit mehr übrig bleiben. Ich hoffe es zumindest und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis bald. Harald Jähner.